In dem Intensiv-Trainings wird es sehr viele Zeremonien geben. Und Schwitzhütten gibt es drei. Ihr werdet in dieser Woche etwas vollkommen Neues erfahren. Ich gehe raus, um das zu schauen. Ich gehe raus, um diese Dinge herum zu schauen, um diese Dinge zu lernen. Das hat es viele Jahre gekostet, das zu lernen. Das von Leuten auf den Bergen oder irgendwo auf dem Land versteckt, zu lernen. Von den südamerikanischen oder nordamerikanischen Indianern. Und ich gehe nach Indien. Ich habe mit einem Brahman gelernt in Indien. Ich habe elf Jahre mit einer Brahmanin-Familie gelebt. Und diese Kaste hat eine ganz besondere, schöne Art, ihre Kinder zu erziehen oder wachsen zu lassen. Diese Kaste hat ganz besondere Wege aufrechterhalten in ihrem Leben, wie sie mit dem Leben umgehen. Und all die Visionen kommen aus dieser Richtung. Yes. Any other question? Noch eine Frage? Er wird auch die nächsten drei Tage noch hier sein. Das steht auch auf dem Zettel. Er ist noch drei Tage für Einzelsessions präsent. Hier außerhalb von Regensburg in Rosbach. Und er macht am Dienstagabend auch noch einen Meditationsabend im kleineren Kreis bei uns zu Hause. Steht alles auf dem Blatt. Wir müssen aufhören. Yes. Thank you everybody. Thank you for my heart too. Thank you for having patience for me to speak to you. But remember, life is cultivated. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Ich danke euch für eure Geduld, mir zuzuhören, mir die Möglichkeit zu geben, zu sprechen. Aber erinnert euch daran, ihr müsst es tun. And if you cultivate life, only those things that you are cultivating, those things you will harvest later on. Remember that. Und vergesst nie, dass nur das, was ihr in eurem Leben anpflanzt und pflegt und nährt, das werdet ihr später ernten, nichts anderes. Wenn ihr Mango pflanzt, bekommt ihr Mangos. Fragt nicht nach Bananen dann. It's like this. So you cultivate whatever you like to cultivate in your life, spiritual things or some yoga, some tai chi, anything, qigong and all those things. Also entscheidet euch, was ihr kultivieren wollt in eurem Leben, ob das jetzt spirituelle Dinge oder Yoga oder Tai Chi oder was auch immer ist. And I'm very sure that through these exercises you will help yourself to harmonize your daily life. Und ich bin ganz sicher, dass durch diese praktische Übung werdet ihr euch selber helfen, euch auszubalancieren. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.